ich habe ganz viel dieses wo warst du denn gerade ach du bist hier bei der kirche oder was hier ist auch noch was ja da können wir nicht gerade ja jetzt auch noch mal ruhe ja draußen ja ich hab dich schon ist das event monster jetzt noch hier ich habe jetzt hier noch keine gefunden die ist es sind nur welche draußen am tor also wenn du hier die stadtmauer lang grenzt was da sind welche aber da kommst du nicht hier oder was ja aber hier ist sonst keine erst auch schon geguckt hier ist ein ding salamander der war einfacher als die haben wir schon ja ich habe nur zwei scheiß münzen ich will die groß ich glaube wie viel brauchen wir 145 keine ahnung ich sammle die scheiße einfach nur ich weiß noch nicht mal wofür da kannst du eintauschen für diese event kiste dass du noch mal ein eis kriegst ich bin der allerletzte der irgendwelche events macht ich liebe wenn sich liebe menschen grab räuber komm her wo ist er hier so ich bin der oh ich bin hier einfach nur rum ich kann ja aber nicht schießen wenn immer welche dämlichen leute sind die alle einsammeln guckst du ja kaum noch drauf mit schießen ja weil da ganz viele items drin sind aber mir geht es eigentlich mehr um den das große item weißt du naja über 94 gold das ist das schon warum habe ich die ganzen leute hier wir haben ja noch gar nicht gut doch doch aber der ist doch gerade normal hier aufgestanden hier ist die große truhe 35.000 geil deswegen hatten wir am anfang so viel kohle 390.000 jetzt wow da kannst du alle pferde einmal kaufen da hinten ist noch mal hier so ein flammensaurier wo denn ich bin ich hätte ihn einfach mal an weil dann ist das schon mal unserer vorher so ein anderer blöde mann das ist ein bisschen grün angelaufen noch eine kiste aber wieder außenrum ja sie ist draußen das meinte ich da sind ganz viele am tor lang hier okay also ich habe ja alles alle hast du auch die zwei hier schon hier vorne war eigentlich gar nichts und dann geht es bei der blauen doch ich weiter also denn es in der stadt zu weit nichts ich könnte es noch mal dahinten zum schloss weiten weich schaubere erlangen die kreide gesagt wie aus von der avatar hier die tue sie dass die nicht blau ist also irgendwie so eine quest 2 ist ein über zum abgeben äh warum geht das dinge nicht auf sollte der eigentlich nicht aufgehen hä ist doch solange er leuchtet ist aktiv ja aber ach ist ein kartenback na toll waren wir da hinten beim links schon ne da waren wir noch gar nicht jedenfalls hatte ich hier die aufwertung von sägen kommt jetzt okay jedenfalls hatte ich hier vorne äh eine quest zum abgeben wo da habe ich nicht mehr also ich habe jetzt keine quest mehr ne hier vorne am tor ach hat fast die gemacht ich habe keine quest mehr hier ich muss jetzt raus gehen hast du die truhe die hier hinten ja wo ich bin da hinten habe ich alle truhen ja hier auch in den schloss ja ganz oben bist du hier war ich noch nicht deswegen ich habe gedacht jetzt reite ich mal kurz hier her naja hier sind echt überall wo ich kann rüstung machen ihr wollt warum sehe ich die doofe truhe nicht jetzt mache ich rüstung wo er nicht im ernst oder was denn hier drauf die verstecken die hast du die schon äh warte mal ich komm mal auf dem map wo ich bin oh warte 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 jetzt sieht meine frau wie ich sie guck mal jetzt sieht meine frau wie ich sie so blöd also manchmal die steuerung ist echt für den arsch ich kann jetzt nicht gucken bitte warte bitte warte ja ich soll warten es tut mir leid für dieses diskriminierende bild aber ich soll warten hast du titten oder als ob ich sowas noch nie gesehen hätte nein ich wollte gerade sagen ein glück sieht meine frau gerade nicht mehr so blöd aus ich habe mich nur ein bisschen weiter bewegt und dann war ich ran so ui 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 sich das und du kaufst denen das einfach ab. Einfach, verstehst du, die Cachen dafür und ja, du freust dich halt deines Lebens, dass die so doof sind und das dann verkaufen. Meinst du? Ja, Charakterplätze sind auch nur von den Shop. Aber im Moment 440.000, aber es werden öfters welche machen und dadurch werden die immer billiger nach der Zeit. Also auf der Playstation war es mittlerweile bei 200.000 pro Charakterplatz. Also dieses Sternkörnchen. Wenn du mal so einen Scheiß Sack hast, wie eben, dann kann es auch sein, dass der von einmal, dass du bei einmal machen da schon 100.000 Sternkörnchen rauskriegst. Hatte ich doch damals. Kannst dich noch daran erinnern? Ja. Auch bei diesem einen Sack, da habe ich eine so eine Zwischentiste aufgehoben und dann war die so krass. So. Jedenfalls Palast Teleporter. Ich renne mal auch dahin. Das Ding ist, ist das hier auch diverse Materialien? Warte mal. Oh, nein. Suche ich mal. Oh, shit. Kann ich das rüberschicken? Ja, okay. Das ist keine Schatzkarte. Gut. Atem des Wolfes. Da steht Waldläufe. Das zieht ihr also nur für Waldläufe. Oder wandeln die sich um? Ich weiß es ja nicht. Willkommensticket 72. Eventbelohnung. Ich habe 72 Willkommenstickets. Ja, 150 kriegst du die größere Truhe. Aha. Du kriegst pro Level ab Tickets. Du kannst die aber auch von mehreren Charakter, so wie ich mache, sammeln. Ich sammle die auf dem Konto und lagere. Das mache ich auch. Ja, das mache ich auch. Ja, okay. Gut. Weil... Atem des Wolfes Priester. Kann ich dir sogar geben. Atem des Wolfes. Okay. Okay. Woher habe ich denn das? Kann ich die auch hier sammeln? Ja, tatsächlich. Okay. Ja, vielleicht kannst du die verkaufen. Kann ich vielleicht auch verkaufen, ja. Wo ist denn der Schüssel? Schüssel voller Ruhn, der in einem vergessenen Dungeon gefunden wurde. Wird zum Öffnen einer Tickets. Ja, den brauchst du also definitiv wegpacken. Gleich im Account sammeln. Und zwar... Später ist das so... Die Dungeons kannst du nur einmal am Tag machen. Weil du kriegst eine Truhe und die musst du mit einem Schlüssel öffnen. Und du kriegst pro Tag, wenn du einloggst, einen Schlüssel. Aha. So. Willst du aber den Dungeon zweimal rennen, um dass du zweimal die Truhe bekommst, brauchst du Schlüssel. Alles klar? Alles klar. Warte mal. Sind die Sachen noch kaputt, Marc? Ja, ich renne... Ich rette dann auch schon mal da hinten hin, wo du bist. Seelenfeuer. Merk dir mal, Palastport. Ich hätte auch porten können, ich den nackt. Aber nein, ich reite jetzt. Scheiß drauf. Ja, da hinten ist nämlich ein Seelenfeuer. Da brich ich nämlich auch noch hin. Ich kann hinterher zum Essen teilen. Jawohl. Ich habe so viel Essen zum Teilen. Da freue ich hier. Hier, Krabbenfleisch-Burger. Mh, lecker, lecker, lecker. Angriffskraft um 95 für 60 Minuten. Hier, friss meinen Burger, Mensch. Ne, deswegen sind auch meine Lager so voll. Rüstung kann ich herstellen. Ja, aber ich kann nochmal quasi leveln. Feine. So, schicki, schicki. Und Waffe habe ich keine. Besser, ne? Ich stelle jetzt einfach nur noch her, um den Beruf hochzuleveln. Ja. Hier kann ich was herstellen. Brauche ich zwar nicht, weil ich kein Ledermeister bin, aber... Gut, äh, was hatte ich noch? Zwei Punkte. Okay. Ne, das lasse ich mal so. Ich warte noch für ein Feuer von oben. Gut, äh, ansonsten... Palastport. War's das jetzt? Äh, wo gehen wir jetzt hin? Du solltest zum Palast importen. Achso, stimmt. Das ist dieser Stadtport. Palast von Navara, da war ich doch erst. Ja, und da war die Truhe da, oben. Da war ich doch. Ne, wir waren in der Kirche von Navara. Achso. Okay, Moment, guck da mal. Also bei einem war ich, da musste ich ganz nach hinten. Äh, wie geht ich denn jetzt? Palast, meinst du? Da warst du, oder? Mhm. Da bin ich die Treppe hoch. Hä? Oh, nee, da war ich noch nicht. Da war ich bei dem anderen schon. Oh, hier ist ne Truhe. Hast du die hier draußen schon geholt? Nein, draußen war ich noch nicht geholt. Aber ich glaube, hier rennen wir eh paar Mal lang. Das ist hier so eher der Dauereingang, nicht da, wo die Hauptquest ist. Weil von hier gehst du definitiv immer hier zu den ganzen Quests. Du musst halt auch hier mal wieder reinrennen, deswegen ist hier das Feuer hier vorne. So. Die Hauptquest ist... Wo ist die Hauptquest? Du hast die Truhe jetzt schon geholt da unten was. Ja, aber du hast ja auch eine Truhe, Dann hole ich sie mir auch. Was? Du hast ja auch eine Truhe, wo ich nicht weiß, wo die hier war. Wie? Na, wo du da in diese kleine Ritze da reingeklettert bist. Achso, da hinten war die hier. Hinten rechts. Da war bei mir keiner. Äh, Solomanden müssen abgeben. Ähm, wir können... Oder wir können die abgeben bei dem Hauptplatz hier. Äh, genau. In der Stadt von Avaras ist Eventkartograf. In jeder Stadt, ähm, in jeder Stadt ist so ein Typi. Eventkartograf. Und hier drüben ist es... Der ist aber in jeder Stadt. Hier oben. Eventkartograf heißt der. Genau, wir sind in Kanal 2. Genau. Genau 2. So. Wollen wir heute die lästige Harpie besiegen? Also bis dahin möchte ich definitiv kommen, ne? Also die ist echt schwer. Ich hab sie ja mit einem Twink gemacht. Ich hab gedacht, alter, was das für ein Scheiß ist. Achso, du bist jetzt da beim Blauen. Ich warte jetzt hier eben. Äh, ich mach kurz... Eigentlich brauchen wir eh bloß Blau zu machen. Weil wir kommen da eh irgendwo allhin noch. Ja, ich mein bloß hier unten. Müssen wir noch gar nicht hin hier rechts. Äh, links. Da kommen wir wahrscheinlich noch hin. Ich dachte, ich kann dir was kaufen. Äh, wo kann ich denn irgendwas kaufen? Das hab ich doch schon. Boah, der Wolf weißes Wildschuh. Das hab ich noch nicht. Das hab ich mir, glaube ich, noch nicht gekauft. Wo ist das denn? Das hier weißes Wildschuh. Ah. Okay. Oh, her wir kommen. Oh, oh. Und du wirst denn hier große N Jong?" Oh, oh. Ichari Hol die tiere schon gekauft ja weiß ist wildschwein sind wir doch gleich aber das hat bestimmt nicht jeder das hier öffnet lederstück ist dinger habt ihr das rote pferd gar nicht bekommen für fünf tage wieso nicht wie sieht es denn bei dir aus mit dem login bonus das wundert mich das muss man erhaltet zusätzlich belohnen wenn du dich alle fünf tage anmeldet erhält die abschlussbelangung und erneuert sein doch jetzt habe ich gekriegt der decker hängste ja aber das ist mir ja schon wieder nisch weil das jeder hat der reitet sich aber gut ja der es reitet mich auch gut ist gut vom händen ich werde so eine dämliche lebensmildruhe schenk goldschub ticket das spare ich mir noch das pferd reitet sich echt toll das reagiert auch sofort habe ich jetzt nicht gehört wie was hast du ach so dass ich gut reite so nicht schlimm wenn ich gut reiten kann ich bin ein forscher 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 so auch die gehen kenne ich ja sogar noch aber wir müssen da muss er bestimmt nicht runter aber doch hat geklappt sie springt einfach übel drunter naja es gibt weiße die Höhe wo man da ist es wildpferd da kann man auch fangen das ist ja die hab hier aber da müssen wir noch gar nicht hin wir müssen erstmal hier hoch wir müssen hier irgendwie blau unterher weiten hier Vorratstaschen müssen wir sammeln ach so hier ist eine Quest ja muss einfach hier Vorratstaschen sammeln hier hast du von denen hier schon die Quest ein zum kleinen irgendwie habe ich gerade keine Musik ähm was für eine Vorratstasche ich habe keine Ahnung ähm hier ist Fleischstücke zu halten Prärierinder töten ok das ist ja das kommt mir jetzt kommt ein Vegetarier vorbei ihr tötet einfach die Rinder ja ihr seid so unmenschlich uuuuuh der bringt Leder mal her mit dem Leder ich brauch Stoff mal her mit dem Leder ich brauch Stoff ich brauch kein Leder ich brauch Stoff ich brauch kein Leder das war gut schön übereinander gelohnt uuuuuh so fertig aber mir ist so dass man die Perihumas auch später braucht ja die müssen wir jetzt auch machen Tür weiß ich nicht ach so hier eins von zehn ja das ist hier äh MapQuest aber eigentlich muss man die auch irgendwann immer machen da oben wo ist er hin? da oben ist noch eins ich weiß da muss man halt also da hoch ähm ähm sammelt die wenn du jetzt mehr äh mehr Quests machst sammelt die wenn du die jeden Tag einsammelst sammelt die es ist besser mehrere davon aufzumachen und hintereinander weg dann hast du einfach eine bessere Chance was höheres rauszukriegen sonst kriegst du nur scheiß buffwut und das will du musst doch hier irgendwas sammeln ich hab keine Ahnung die drei Banditenanführer Banditenanführer Worte Zetrus Ziegen ah die Ziegen hier war doch ne Ziege hier wo das ist die das nicht? das sind Krieri Ziegen da wird sie noch nicht gleich töten und ein besseres Gefühl hier ist ne Hörte warte mal was für ein besseres Gefühl na tötest du die jetzt? ja sollten wir nicht auf die aufpassen nein aufpassen und du tötest die oder was? komm einfach mit ich komm einfach mit ich komm einfach mit ja ja wenn wir auf die aufpassen müssen dann müssen wir die Hunde töten ich finde die Splitter die angeblich von der magischen Wache verstanden sind komm mal mit hier wie bist du denn? ich bin da hinter dir wir müssen jetzt hier oben wir haben eine Dicks Quest eine rote die wollen wir jetzt noch nicht machen die wollen wir jetzt noch nicht machen oooohh wie andere mhm Arten ist Heldenmuts ok hab ich gerade gegeben na gut dann geh ich jetzt hier zu Orphina ja da wollte ich jetzt auch hin machst du dann bitte mal mit hier danke ich schieße den Blitz von hier Leder geb ich hier schön na ja ich brauch kein Leder was war irgendwas mit dem Sägen hier ah dafür Rammner Pfeil oh jetzt sind wir wieder in so ne Sequenz drinnen ok was soll man machen hm ja hast du auch irgendwas ja achso oooohh den müssen wir jetzt den Weg hoch begleiten hundertprozentig oder will der irgendwas töten oder keine Ahnung ja ich weiß nicht ob der jetzt was macht neuer Triumph Pirat haben wir frei mal kämpft der Typ auch nee die sind irgendwie sind die alle so keine Ahnung ich lasse hier jetzt sterben Typ ne das ist klar ich meine bin ja was denn tutあja auch nicht haha es geht der nächste mit so denken oder was kommt gleich wieder so eine sequenz wo die idee alle mit einem schlagt ja dann ist er gleich super stark oder jetzt kommt ja noch so ein kleines schlösschen aus dem boden und dann denkst du das Was ist das denn sein? Immer so was hässiges, was so spinnenartiges. Haha. Ach, meine Fresse, ey. Die waren auch total einfach. Bist du schon fertig damit? Ach so, ich komme der Hauptbahn. Ja. Ich gehe nicht. Fertig. Angeber. Ich habe die am Anfang ganz schön platt gekriegt. Weil die waren sehr anfällig gegen meine Attacke. Ja, das kann sein. Ich weiß ja nicht, ob die bestimmten Elementkonus oder was ich was haben. Aber der Typ war ja nicht gerade sehr stark. Der hat voll einen auf den Deckel gekriegt. Ja. Äh. Dann woll' dich doch nicht weg, ey. Und als nächstes kriegen wir irgendwas Grünes. So, hier ist ja nichts mehr, oder? Ja. 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 Ja.